...vertragen würde? Ich habe einen Satz Armbänder in einem Stil, der bei den Adlingen in Sentinel sehr beliebt ist. Sentinel? Das ist ein Hammerfell, richtig? Und ihr sagt, diese Armbänder werden nur von Adeln getragen? Wollt ihr etwas Hammel oder Rehfleisch? Natürlich wollt ihr das! Und hier sind wir von Adlingen dort sehr beliebt. Das ist die Kopie des Armbands einer Kronprinzessin. Hm, vielleicht kann ich mir irgendwann einen solchen Schatz leisten. Der schönste Schmuck in ganz Markhardt. So, hallo! Heute gibt es mal wieder Skyrim. Ich habe letzte Woche... Ja, letzte Woche nicht. Hier quatschen mich gerade Leute zu. Moment. Ich kann auch einfach eine Pause drücken. Ja, letzte Woche habe ich nicht gestreamt. Ich weiß gerade gar nicht mehr warum, aber ich rechtfertige mich auch nicht. Jedenfalls sind wir wieder da. Und ich mache Daedra Quests weiter. Ich habe mir auch noch zwei weitere ausgesucht. Davon der erste, oder der zweite je nachdem welche Reihenfolge. Peri... 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 und Sanguine. So, und für Peri... müssen wir zu dessen schreien. Ähm... Ja. Hi! Schön, dass du da bist! Das Ding ist, das ist hier in der Nähe von Markhardt. Ich suche jetzt gerade nur die Tür. Ich suche immer die Tür. Hier. Dann gucken wir mal, was da noch auf uns zukommt. Wir haben fast alle Daedra Quests schon durch. Aber ich kann manche noch nicht machen, weil die... Ähm... Weil ich die Stufe noch nicht erreicht habe. Also eine ist auf jeden Fall Stufe 30 oder so. Muss man mindestens haben. Von daher... Nein. Man kennt das. So, jetzt gucken wir mal. Stimmt. Mein Pferd ist tot. Also gehen wir zu Fuß. Ähm... Guck mal auf der Karte. Das müsste in die Richtung irgendwo sein. Der Ort heißt... in der Nähe von... Patsas... Patsasas... 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 Ich kann es nicht aussprechen. Aber irgendwo hier glaube ich ist das. Hier ist die Reilfelsen-Höhle. Höhle ist verloren. Brukas Sprungschanze. Die lieben den Stein. Vielleicht nehmen wir einfach den mal als Anhaltspunkt. Und von da werden wir schon unseren Weg finden. Muss auch noch eben die Quests ausmachen, die ich drin habe. Das stört mich sonst. Rette Lisbeths Lieferung aus Schlangenfintenschanze. Schlangenfintenschanze. Ne, machen wir es nicht. Kommt noch. Ein andermal. So, wir können hier ein bisschen schneller laufen. Hier ist noch ein Ort. Den lernen wir jetzt einfach mal abgeben. Schlangenfintenschanze. Was ist denn mit euch passiert, Pavo? Die Abgeschworenen haben die Kolskäger-Mine erobert. Nur wir sind noch übrig. Bei den Göttern. Ihr zwei solltet reingehen und euch ein wenig ausrufen. Ich werde den Jahr davon unterrichten. Gat, geht es euch gut? Ich bin immer noch durcheinander, mein Freund. All die Kämpfe. Es ist zu lange her, dass ich jemanden töten musste. Nun, ich bin froh, dass ihr da wart. Ich weiß nicht, wie ich ohne euch an den Abgeschworenen vorbeigekommen wäre. Ah, sind die lieb. Aber das machen wir jetzt nicht, dass das dann für einen anderen Tag irgendwann erst mal mit diesen Quests hier noch beschäftigt. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ich ziehe die andere Seite. Ist vielleicht nicht blöd. Oh, das ist reißendes Wasser. Nehmen wir mal lieber die Brücke. Ich frage mich immer, ob es irgendwelche Spieler gibt oder gab, die die ganze Karte aufgedeckt haben. Also alles gefunden haben. Egal, ob es mit galt oder ohne. Also ich denke schon, dass es die gibt, aber krass. Weil das Spiel ist einfach nur mächtig. Lass mich raten, ich hätte auf der anderen Seite bleiben können. Dann gehen wir jetzt halt hier. Ich spiele ein bisschen Bergziegen wieder. Oh Gott. Da vorn sind die Gegner. Wow. Kriegen die einfach auf mich. Ups. Schon vergessen, wie man das spielt. Alter. Ich habe in letzter Zeit viel Deus Ex gespielt und da ist das Handling der Tasten doch ein ganz anderes. Oh, bin ich schon in Richtung Vampir-Richtung? Was ist denn hier los? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ach nein, ich soll mich ja an denen nähern, damit ich zum Vampir werde. Hm. Aber wir suchen erst mal einen. Eine Fasanenbruch. Bogen. Stahlbruch. Oh, noch eine. Ja. Das ist besser als meine jetzige Keule. Aber meine jetzige Keule ist cooler. Glaube ich. Ich habe das Spiel zwei Wochen nicht angehört. Für Usa 25 Punkte Ausdauerschaden. Für Usa 25 Punkte Magikaschaden. Und stoppt das Ziel innerhalb von drei Sekunden. Führt es einen Seelenstein. Ja, perfekt. Damit behalte ich den. So. Das ist Lydia. Schön, dass du auch mal kommst. Weiter geht's. Ich muss irgendwie hier hinter den Berg. Ich tippe mal darauf, da oben ist er. Hey, wer bist du? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Okay. Gönn dir. Ich will da hoch. Komm, komm, schau'n, komm, schau'n. Ja, man kann die Berge immer ganz gut ausdrücken. Ich glaube, hier wird der Schrein schon angedeutet. Wenn es der ist. Mal gucken. Gut, dass man hier beim Springen keine Ausdauer für braucht. Das wär... ...noch lustiger. ...noch wieder abgeschworen. Wo seid ihr? Hier. Ui. Hätte ich mal nix gesagt. Aber auf mich zu schießen. Ich will hier nur hoch. Oh, der war knapp. Ich will noch nicht sterben. Komm schon. Das schaffst du. Du bist doch eine Katze. Du kannst doch gut springen. Ah, verdammt. Ich glaube, hier ist es vorbei. Wenn wir noch weiter außen rum gehen. Ich glaube, hier ist es vorbei. Lydia wird wahrscheinlich irgendwann wieder zu uns stoßen. Man kennt das ja. Oh Gott, diese Talmorgung. Autsi. Oh, schön geköpft. Schöner Köpfer. Gut. Suche ich nochmal kurz... Ja, erstmal durch diesen... Ein Hinrichtungsbefehl. Haltet nach einer Person namens Ismail ausschaut. Das bin ich. Als Kajik ist er ein Feind der Talmorgung. Er hat Sabotageakte gegen uns verübt und großen Schaden verursacht. Tötet ihn, sobald er gesehen wird. Achtung. Ismail ist äußerst gefährlich und durchaus in der Lage, sich zu verteidigen. Wir können keine Unterstützung bieten, wenn die örtlichen Autoritäten in Gefangenen sind. Keiner kriegt mich. Salz der Leere. Nehmen wir mit. Die Rüstung von denen ist schon geil. Das ist halt Magierkram. Ich bin halt leider kein Magier, sonst hätte ich ihn mitgenommen. Was sind die anderen gefallen? Was seid ihr denn? Ich habe euch doch hier gerade getötet. Mein Schmetterling. Hä? Wo habe ich sie getötet? Da ist eine. Amethyst, sehr schön. Kein Plan, ne? Okay. Kann ich einfangen? Das ist ein Funkel. Ne, ein Fackelwürmchen. Genau, ein Fackelwürmchen. So. Da wollen wir lang. Ich muss mal kurz was gucken. Okay. Und dann bei den Quests. Ich weiß gerade nicht, ob ich eine Quest dazu habe. Mit dem Vampir Gedöns. Ich war immer noch nicht bei Klimek. Oh mein Gott. Der vermisst mich bestimmt schon. Ja, ne. Hier steht nichts. Was haben wir hier? Ja, die Rotvalonen. Das ist was für viel später. Dämmerwacht, klar. Das ist Main Quest. Mitglied der Diebesgilde werden kommt auch noch. Ich habe auch gesehen, eine Daedra Quest hängt an den Diebesgilden Quests. Von daher kommt das auch noch. Fischen, 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 Bruchstücke, Suche, Brinjolf, Tagsüber auf. Versprochen ist versprochen. Sprich mit Sibi Schwarz. Dann wurde ich wahrscheinlich gebissen. Und habe es wieder mal nicht mitgekriegt. Aber vielleicht finde ich auch jemanden, der mich von meinem Leiden wieder befreit. Kann man ja auch machen. So, was ist denn das hier Schönes? Ja, die sind doch zu öffnen. Okay. Oh Gott, Lydia. Hab ich mich gerade erschreckt. Was ist denn das hier? Das ist kein bestimmter Ordnung. Aber hier ist der Schrein. Ich hoffe, es ist der richtige. Jawoll, gefunden. Vielleicht rede ich erst mal mit dir. Erzählt mir etwas über Perit. Er ist der Eitere in der Wunde. Oh, anständige Leute rüpfen ihre Nase. Aber es ist Eitere, der faulige Körpersäfte verzehrt. Und das Blut erneuert. Ich bete Perit an, ja. Manchmal kann die Welt nämlich nur durch eine Krankheit gesäubert werden. Das ist nicht mal so abwegig, aber man möchte es eigentlich nicht heraufbeschwören. Gut, kann ich mit Perit in Verbindung treten. Nicht jeder ist dafür geschaffen, meinen Herrn anzubetten. Aber Cash mag euch. Danke, ich bin auch kein Schicht. Okay, erzähl mir etwas über dieses Räuchermittel. Diesen Räuchermittel? Mittel. Ja, das Räuchermittel besorgt mir eine Todesglockenblume, einen Silberbaden, einen makellosen Rubin und etwas Vampirstaub. Dann zeige ich euch alles. Okay. Was davon habe ich schon? Nichts. Ihr könnt schwören, ich habe, äh, doch, den makellosen Rubin brauche ich noch. Kriege ich den denn her? Hatte ich nicht einen? Mal kurz gucken. Amethyst. Ja, die sind ja nicht makellos. Nein, ich habe makellose Granatsteine. Hm. Wo finde ich einen makellosen Rubin? Kannst du mir einen Tipp geben? Schön. Wo finde ich die Gegenstände, die ihr haben wollt? Vielleicht in einem Laden? Ihr zieht wohl den direkten Weg vor. Hm? Ohresglocken wachsen in der gefrorenen Tundra. Für den Rubin und das Silber könnt ihr einen Blick in eine Mine werfen. Vampirstaub ist eine knifflige Lache. Ja, habe ich ja schon. Vampire, wisst ihr? Okay, in einer Mine. Gute Jagd. Ja, danke schön. Ist hier zufällig eine? Hier ist eine Höhle. Mal kurz auf die Karte gucken. Höhle, Höhle, Höhle. Ich meine, das ist ja theoretisch auch eine Mine. Und hier ist ja auch eine Mine. Also, wir gehen da einfach mal hin und gucken. Mal schauen, was passiert. Vielleicht ist hier auch gerade eine Mine. Mein Stuhl hat gerade mega krass geknackt. Warum? Ist nicht mehr der Jüngste. Wo geht's denn da rein? Minen haben, soweit ich weiß, Türen. Soweit ich weiß. Wahrscheinlich andere Seite. Ich habe doch teleportiert. Ich bin mir auch noch unsicher, ob ich komplett mit Lydia alles durchziehe. Aber, ja, sie ist schon eine treue Gefährte. Hier ist eine Tür. Ja, sieht gut aus. Dann gucken wir mal. Gehen wir mal rein. Lassen wir uns berieseln. Spitzsack und Schaufel. Nehme ich mal nicht mit. Korb. Was? Ach! Was ist denn hier? Ich habe irgendwie nicht mitgerechnet. Hm, nicht ganz. Nehmen wir trotzdem mit. Das ist wertvoll. Salz. Das Salz der Erde. Eisenstreitmax. Oh, ich habe die Markierung noch auf der Karte. Kann ich mal eben wegmachen. Was? Nein, ich will die Markierung wegmachen. Das stört mich sonst auf dem Kompass. Golderz. Golderz. Ah, da. Dazu brauche ich wahrscheinlich dann doch die Spitzhacke. Gut, dass hier eine rumliegt. Ich habe irgendwas anderes genommen. Nee. Beschwann könnte ich hier gerade irgendwas eingestecken. Egal. Ist da jemand? Nein. Nur jemand, der euer Gold klaut. Kannst du es während eines Kampfes nicht benutzen? Ich bin doch gar nicht in einem Kampf. Ich sehe den Gegner nicht mal. Oh, mein Gott. Ach, da ist er ja. Okay, dann können wir uns erst da drum. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Dead End. Okay, also es ist wieder weg. Also wieder zur Spitzhacke. Und let's go. Schönen Beat. Ich kann es aufgrund meines Videobilds da oben nicht sehen. Also Kamerabild, nicht Videobild. Was ich gerade abgebaut habe. Wir schauen mal. Nichts makelloses. Okay. MMMM. Rubin, genau. Gut, dann gehen wir mal zur anderen. Ado. Geht nicht? Warum nicht? Was? Was? Ich war doch gerade hier. Ich bin gerade voll verwirrt. Also doch mal. Was mache ich denn mit dem ganzen Golderz? Okay, die Ader ist erschöpft. Okay, dann war ich. Dann war ich gerade bei dir. Alles klar. Aber da vorne könnte er ja eine Tüte. Wollen wir trotzdem mal kurz gucken. Nein. Aber ich muss ein bisschen aufpassen. Meine Traglast ist schon wieder an ihrer Grenze. Vielleicht liegt hier auch einer rum. Was war das? Hallo. Alles klar, wie er mir. Oh. Ah, wieder geköpft. Das ist ein schöner Move. Äh, ist da irgendwas cooles? Nein, natürlich ist da nichts cooles. Ich habe nie was cooles. Okay, Gold. Neh mich. Gold ist cool. So. Müsste auch... Ja, geht auch so. Wuscht dich doch. Wuscht dich doch. Ja, da ist der Schöpft. Und noch. Kann sich nur um Stunden handeln. Wir sehen, ob ich zu den anderen Quests heute überhaupt noch komme. Ich weiß ja nicht, was sonst noch passiert. Oder ob Pirithi mich einfach annimmt. Sobald ich ihm alles bringe. Wie sieht's so... So hilflos aus. Oh. Ich muss so anstrengen. Oh Gott, ich bin zu voll. Mal gucken, ob wir noch mein sonstiges... Makelloser Granatstein. Sechs. Ich brauche aber makellose Rubine. Man. Okay. Wieso schleppe ich Drachenschuppen mit mir rum? Oh Gott, ey. Ist noch viel zu schwer. Da sind noch Seelen drin. Die sind leer. Okay, die brauche ich nicht. Oh, ich habe Kessel mitgenommen. Weg damit. Und hier sind überall auch Seelen drauf. Ich brauche die auch nicht. Könnte ich eigentlich alle mal verkaufen. Puh. Ich habe jetzt eigentlich auch Gold abgeschürft. Oder... Ja, ganz schön wieso. Kommt so ein Kessel aus mir raus, ey. So gut. Okay, wo ist hier noch eine A da? Koi Gabel. Jawohl. Können wir den Aufstand proben. Hier ist noch eine. Ich weiß nicht mal, ob bei Golderz auch Rubine abspringen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Granatstein, klar. Ich habe zwei Rubine, aber ich weiß nicht, ob die... Jetzt bin ich da zu schwer, ne? Oh Gott. Lydia hat auch schon zu viel in der Tasche. What a life. Okay, was kann ich wegwerfen? Keine Klamotten auf jeden Fall. Das könnte ich mal benutzen. Okay. Okay. Das ist nicht so wichtig. Ist auch nicht so wichtig. Ne. Das ist gut. Wundertrunk der Feuerresistenz. Natürlich sind die gut. Gesunds aber kann ich nicht. Den trinke ich jetzt. So, let's go. Das ist ja nicht aushaltbar. 300 Sekunden. Ich werde es ja merken, wenn die Zeit geht. You're dead. Rohrkanin-Tierkeule. Nein. Das ist gut. Das ist eine Art. Ansonsten gehe ich gleich erst mal Sachen verscherbeln. Vielleicht auch einfach Gold verscherbeln. Und dann... Ja. Komm ich wieder. Oder gehe in einer anderen Mine natürlich. Hauptsache, ich habe alles. Außer das. Immer nur noch Granatstein. Okay. Ist wahrscheinlich auch sauschwer, Makellosen abzuwerfen. Was war das? Ich. Uff. Damit habe ich... Was macht ihr denn da? Entschuldigung. Wie der Hals gewoppelt hat. Holy shit. John and Heards. Übernehme ich mit. Kleines Geweih. Nehmen wir auch. Weil ich es ja kann. Was ist denn noch ein Boden? Okay. Ich glaube, mehr Gegner sind hier nicht. Oh. Hm. Noch mehr Gold. I mean. Why the fuck not. Gerade kann ich es ertragen. Und hier haben wir noch eine Ader. Schön, schön, schön. Das ist wirklich... harte Arbeit. Okay. Irgendwas hinzugefügt. Leider nicht das, was ich brauche. Okay. Guck mal mal in das Loch. Hep. Ich glaube, wir sind wieder unten. Na, wie praktisch. Okay, dann gehe ich raus, weil dann kann ich Schnellreise benutzen, solange noch die Tragkraft da anhält. Also der Trank, der Tragkraft. Trank der Stärke. You get it. Auf nach Himmelsrand. Wohin auch sonst? Händler. Markhardt. Es ist Nacht. Das ist sowieso kein Ding. Ihr habt ja furchtbaren Mundgeruch. Was habt ihr denn gegessen? So ein Problem? Hallo? Furchtbar Mundgeruch. Ich gebe dir gleich Mundgeruche. Aufs Maul. Silverblood in Gotthal. Trading Company. Das ist leider nicht. Aber es ist Nacht. Das heißt, wir müssen erst mal rum. Du trägst so viel und kannst nicht rennen, mehr hättest du gedacht. Dann schnecke ich mich mal in den Tresen. Mal gucken, ob sie wieder Gold hat. Die gute. Hallo, kannst du ein bisschen näher an den Tresen kommen, bitte? Hallo. Ach man. Wir müssen da außen rum gehen. Äh, Lisbeth. Ihr wart bei Namiras Fest mal, nicht wahr? Habe ich sie da hoffentlich schon angesprochen? Egal. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, für mich auch. Du hast 750 Gold. Sehr schön, sehr schön. Du nimmst auch mein Golderz. Perfekt. Am besten kaufst du alles. Und dann noch diese Goldbarren. Die brauche ich auch gerade nicht. Zumindest baue ich gerade auch nichts. Die können auch weg. Ähm. Herzogaststern behalte ich natürlich. Und hier. Den ganzen. Bums. Okay. Puh, die sind leer. Achso. Oh, die sind ja richtig wertvoll. Und die hat noch zwei Gold. Okay. Ich spreche sie trotzdem nochmal darauf an. Puh. Ihr dürft außerhalb des Schreines nicht von solchen Dingen sprechen. Nur ihr und eure Tischgäste dürfen davon wissen. Okay. Ihr könnt jederzeit... Ja, ja. Ich komme wieder hin. So. Jetzt sind wir wieder leichter. Zeit für eine erneute Schnellreise. Wir kaufen und verkaufen. Wir kaufen. Ich lebe es, Okmund im Gasthaus beim Singen zuzuhören. Er ist ein wahrer Skalde. Mein liebster Saufkumpel. Du sollt vor der Willi. Oh man, die Gespräche, ey. All right. Wir gehen dann mal in die nächste Mine. Die wäre dann... Die... Slackwart-Mine. Weil hier waren wir ja gerade. Ah, wir finden schon noch einen wackellosen Rubin. Ah genau, hier war ich ja vorhin kurz. Ah. Wo ist die Tür zur Mine? Oder ist das ganze Ding hier die Mine? Ich bin nämlich so auch, weil ich hier draußen... Ah, hier bin ich. Ich habe es gefunden. Kann ich auch mitmachen? Kölz-Käger von Abgeschworenen-Liberand. Das kommt als nächstes. Und Huhn. Hallo. Mit dem Bauch voller Meth wäre mir wahrscheinlich viel wärmer. Ein Drache hat Könishain angegriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Ich bin nur ein einfacher Bergmann. Okay, jetzt bauen wir ein bisschen... Ach so, wird schon jemand anderem benutzt. Deswegen können wir da nicht auch abbauen. Okay, dann suchen wir uns eine eigene Stelle. Das ist keine Ader. Wo kann ich denn mal hier ein bisschen rumhängen? Da. Los geht's. Das ist ein gutes Geschäft. Da kann man auch echt Geld mitmachen. Ich erschöpfe jede Erzader. Überall. Und dann kann keiner mehr... Irgendwelches Erz abbauen. Das hätte doch was. Ich bin einer der Bergmänner. Hier unten gibt es viel Erz zu schürfen. Ja, wenn du da weggehen würdest, dann könnte ich auch an dieser Stelle schürfen. Mal gucken, ob auf der anderen Seite noch was ist. Oh, was steht denn hier für eines rum? So Spitzhacken. Ganz viel Met. Es ist schon erstaunlich, wie viel Arbeit in die kleinen Dinge fließt, nicht? Ja, bevor du hier wieder weitermachst, schlüpfe ich mal kurz deine Eisenerzader. Okay. Wie sieht's aus? Ich habe einen Rubin gefunden, aber leider keinen makellosen. Dann hier nochmal probieren. Nein, immer noch nicht. Verdammt, ey. Ich bin nur zum Graben hier. Ja, ja. Es gibt sonst nicht viel zu bereden. Ach doch. Wieder an der Arbeit. Oh, der ist weg. Hier weiter. Sieht ja doch angestrengter aus. Oh, man. Kann einem ja schon ein bisschen leid tun. Ach, komm schon. Why is this so hard. Ich gehe nochmal runter und gucke, ob er da unten fertig ist. Nope. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie dazu bringen, fertig zu sein. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht ansprechen und dann ist er abgelehnt. Ich warte einfach mal zwei Stunden. Perfekt. Einfach mit der Zeit ein bisschen rumtricksen. Das ist jetzt gerade nicht sehr spannend. I'm sorry, aber das muss doch nur. Okay. Und wir haben nichts gefunden. Ach, na gut. Kann man ihn nicht aufwerfen, irgendwie? Es ist schon erstaunlich, wie viel Arbeit in die kleinen Dinge fließt, nicht? Naja, genau. NPCs recht geben. Man weiß ja nie, was passiert. Okay. Ich glaube, wir müssen mal verkaufen gehen. Und dann... Wo haben wir denn noch eine Nina? Ich meine, die kann man auch nicht richtig abschließen. Die sind einfach da. Ich habe bestimmt noch irgendwo eine gesehen. Nicht? What? Ich bin sonst an keiner Mine bisher vorbeigelaufen. Das gibt's doch nicht. Das heißt, ich weiß gerade nicht, wo noch eine Mine ist. Schlecht. Dann... Ja, muss man anders machen, ne? Aber ich will das mal verkaufen. Was ist das Ding? Gehen wir einfach mal nach Weislauf. Vielleicht mache ich auch einfach parallel die andere Quest. Da muss man... Da muss man... ...den Sam... ...G... ...G... ...Wenn... ...Finden... ...Finden... ...und mit ihm trinken. Ich glaube, das ist im Rahmen des Möglichen. Erstmal schauen, dass ich noch meinen Shit hier verkauft kriege. Du kaufst doch bestimmt auch Erz. Wir haben kleine und große Waffen. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Ich würde einfach nur Scheiß verkaufen. Hier, take it. Ja, komm, das kannst du auch nehmen. Das behalte ich. Den behalte ich auch auf jeden Fall. Und der kann auch weg. Kutsch. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Trag, lass doch mal am... ...Rande... ...des Äußersten. Wo war denn hier die Taverne? Ah ja, hier. Der trunkene Jägersmann. Ich meine, ich stehe da vor, wie blind kann man sein. Okay, gehen wir rein. Hi. Ich suche... Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Was zum Fick? Ne, nicht wieder rausgehen. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Ja, Lars. Ich schubse nicht mit Absicht. Im fremden Zimmer ist es... Ah, hallo, mein Khajiit-Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Ne, eigentlich nicht. Es war mir eine Freude. Eigentlich suche ich diesen Typen, der mit mir trinken will. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. was? Mj... Idola... Kampfgeborene. Ich do remember... Alfred! Kopf des großen Kampfgeborenen Clans! Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ne! Macht keinen Ärger, Khajiit! Was sollt ihr denn von mir, ey? Ich will einfach nur, ich gehe jetzt raus und dann mache ich... Ne? Schnellreise. In den nächsten Ort einfach. Gehen wir einfach mal nach Flusswald. Ne, ich bin zu Ort. Wo immer noch der tote Gutes liegt. Bei mir im Beinort. Wer will schon aufräumen? Sucht nach. Sven? Henry? Camilla? Was machst du denn hier? Ich dachte wir treffen uns in Einsamkeit. Und dann hätte ich gedacht du bist da schon. Aber so. Wo ist der Typ von hier? Heinzel. Okay. Nächster Ort. Ich merke gerade, wenn man sowas gezielt sucht, ist es wirklich sehr aufwendig. Also es ist... Äh... Jetzt nicht anstrengend oder so, nur aufwendig, weil... Wahrscheinlich würde man einfach nur dran vorbeilaufen und dann quatsch ich so ein Typ, ne? Ein bisschen betrinken und dann machst du das halt, ne? Aber... Ja... Man kann nicht alles machen. Candlehaven. Dass es teilweise auf Englisch ist, ich glaube ich habe das nie erklärt, aber das liegt daran, dass ich Creations installiert habe und... ... dadurch... ... ist die Sprache ein bisschen fucked up. Okay. Jorah. Kapitän Einsamsturm. Das große Zimmer ist oben und im Erdgeschoss gibt es ein... Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet. Kennt ihr Talos? Er hat das Kaiserreich gegründet. Warum haben die alle so komische Namen? Ich suche einen Sam. Jetzt stelle ich mal, ne? Hat keiner gesehen. Durfin... Moria. Martin Lanto... Wo hat der mich gesehen? Habe ich gar nicht mitgekriegt? Okay, ich bezahle... Ach Gott, schluck Gott. Ich will nicht zum Schloss. Wenn ihr einen Söldner sucht habt, die ihn gefunden haben. Im Geis Himmelsrand. Okay. Das andere ist ja nur der... ...Söldner gewesen. Mir gehört der Frost-Diestelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit. Wenn auch ein bisschen eintönig. Wie hat der mich gesehen? Richtig ein bisschen... Jaja. Okay. Auch nichts. Dann gehen wir nach Winterfeste. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerbach zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rift. Jaja. Ja, das ist... Ich höre gerne. Na, da komm. Ich höre gerne. Ich höre gerne. Mach es schnell. Wenn er die zufällig nur neue Runde bringt, könnte er gleich... Wenn er etwas braucht, sagt es mir nur. Bis dann. Oh, so einen random Encounter zu triggern, ist gar nicht so einfach. Worte der Stammesmutter. Mal lesen. Okay. Ein Buch wie jedes andere. Liegt halt so auch im Jogum. Ist alles in Ordnung, Delaka? Oh ja, recht gut. Meine Unterbringung hier ist immer noch genau, was ich brauche. Und es gab keine... Wer weiß da, dass ich ein Anhänger dazu was bin? Vielleicht werde ich einen Stern mit mir rumschleppen. Aber, naja, nun weiter. Fuck! Das ist ein Drache! Oh hey! Ich bin gerade irgendwie nicht bereit dazu, einen Drachen zu schlafen. Aber es geht halt auch keine Schnellreise so lange. Wow! Gefällt euch das? Okay. Okay. Als er runterkommt, können wir ja mal... Komm runter! Feige Sau! Himmel sieht geil aus! Oh shit! Komm runter! Ah, hier ist die Akademie. Wie ist das? Wie ist das? Wieso hat das denn auf mich abgezogen? Hier laufen auch noch andere Wachen rum. Wenn er nicht runterkommt, kann ich ihnen nichts tun. Weil... Weil... Scheißen, Akanver bin ich nicht! Dann warte ich mal! Dann warte ich mal! ... Streck nichts! ... Er sterbt noch heute Drache! Wächstes! Wohin runter! Oh, ich habe ihn getroffen! Oder auch nicht... Ich dachte, ich habe ihn getroffen! Es sah nicht so aus als hätte er in meine Richtung gereiert, aber naja. Oh, 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 da ist er! Oh yes! Geschafft! Gut gemacht, Lydia! Die Schuppen lasse ich erstmal drinnen, die nehme ich jetzt nicht mehr. Ich weiß eh noch nicht, wann ich diese Rüstung bauen kann. Das wird schon eine Weile dauern. Dafür haben wir die Dachensicht. Sehr schön. Was ist mit dir? Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Wie wäre es mit Danke? Ist so echt undankbares Pack. Okay, hier ist auf jeden Fall auch kein Sam. Dann gehen wir nach Riftrol. Und gucken mal, was da passiert. Schade. The Beembab. Ich glaube, das war das Inn, glaube ich. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Hier ist Brinion. Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Gar nichts. Ich suche nur jemanden. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, sagt ihr mir genau richtig. Was zu trinken, was zu lachen und ein Wettbewerb. Was will man mehr? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn schon mal angesprochen habe. Aber da habe ich halt Nein gesagt. Und jetzt sitzt es halt. Also gut. Ein Wett trinken. Kommt doch einfach wieder, wenn ihr Lust habt. Ich habe falsch gedrückt. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, sagt ihr hier genau. Ja, keine Chance. Das werden wir ja sehen. Das ist ein besonderes Gebräu. Sehr starker Tobak. Dann fangen wir mal an. Na, los geht's. Dann eröffne ich mal die erste Runde. Wie zieht das denn jetzt auf? Ich erinnere mich ein bisschen an das erste Witcher spülen. Weil man da auch wett trinken kann. Wenn man dann besoffen ist, dann ist alles einfach nur noch schwummrig. Und wie steht's mit euch? Das ist ganz witzig. Ein zweites Glas. Nichts lieber als das. Sagt ihr? Ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Ja, das klingt schon ein bisschen so. Wenn ihr noch einen schafft, dann habt ihr gewonnen. Nein, wir haben doch kein Problem. Aber hallo. Ihr habt es wirklich geschafft. Der Stab gehört euch. Anger. Guter Tropfen. Wisst ihr was? Es macht Spaß mit euch zu trinken. Ich kenne einen tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Dort sollten wir hingehen. Sollten wir. Sag mal, ihr seht ja immer nicht so gut aus. Wacht auf. Ja, wacht endlich auf, betontender Gotteslästerer. Oh, holy shit. Wo bin ich? Gotteslästerer? Aua, mein Kopf. Ich fand toll, wie Lydia gerade einfach nur hingerannt kam. Witzig. Okay, Aua, mein Kopf. Ja, euch sieht der Kopf weh. Und ihr wisst nicht mehr, wo ihr seid. Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Und dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. Welch, ich glaube, wir haben uns da ein bisschen nicht so Gutes geleistet. Okay, war ein Mann namens Sam bei mir. Tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, wie ich hergekommen bin, im Übrigen. Oder verratet mir, wie ich hierher gekommen bin, dann bezahle ich auch die Schäden. Okay, ich frage mal, ob der Typ bei mir war. Die Bella lehrt uns Liebe und Mitgefühl. Aber das heißt nicht, dass wir euch einfach sagen, was ihr wissen wollt und euch dann einfach so wieder hier herausmarschieren lassen. Räumt euer Chaos auf und entschuldigt euch. Und wenn wir euch für aufrichtig halten, werden wir euch vielleicht helfen. Ey, jetzt lauf doch nicht weg. Räumt wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Okay, okay. Tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Ich würde euch ja zu gern helfen. Aber ich bin so damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das ihr in unserem Tempel angerichtet habt. Wenn ihr mir natürlich beim Aufräumen helfen und euch hinterher entschuldigen würdet, dann könnte ich vielleicht etwas für euch tun. Ach, na gut. Was muss ich tun? Was soll ich denn aufräumen? Hier sieht es relativ aufgeräumt aus. Hier liegt was auf dem Boden. Ja, wenn ich was aber in die Hand nehme, dann ist es Stehlen. Das ist auch nicht so gut. Ah ja, hier. Ein Riesenzäh. Altowain. Okay. Habe ich noch irgendwo was hingeschmissen? Ah, da liegt glaube ich was. Materialiste. Um den Stab zu reparieren, brauchen wir folgendes. Ein Riesenzäh, geweihtes Wasser, eine Hexenrabenfeder. Nehmen wir. Okay. Ist hier noch was? Der Sack gehört mir nicht. Okay. Reicht das? Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Ach, kommt schon. Räumt euer Chaos auf. Dann werden wir reden. Was habe ich denn hier noch? Ah. Aktivieren. Oh mein Gott, ja, stimmt. Das kann mich ja heilen. Dann sollte ich jetzt keine... Ah, da ist noch alter sein. Oh Gott sei Dank. Äh, dann sollte ich jetzt kein, ähm, kein vampirisches Verlang mehr haben. Wobei mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Vampirismus zu tun, sondern mit Namira. Weil sie ja diese Daedra ist, die die Kannibalisten verehren und ich glaube, deswegen kann ich auch einfach mich an Leuten bedienen. So was ist praktisch, wenn man auf Survival Mode spielt. Äh, vielleicht probiere ich es mal aus. Das wird wohl reichen. Die Bella lehrt uns schließlich Vergebung. Oh Gott. Selbst für einen Trunkenbold wie euch. Öh. Könnt ihr euch noch an irgendetwas von dem erinnern, was ich bei meiner Ankunft gesagt habe? Ihr habt vor euch hingeschimpft, als ihr hierher kamt, aber das meiste war gelallt. Ihr habt etwas von Rurikstad gesagt. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Vielleicht sollte ich mich dort umsehen. Frage in Rurikstad nach Sam und dem Stab. So, da geht es nicht lang. Es tut mir leid, der Tempel von Di Bella ist geschlossen. Wenn ihr wünscht, könnt ihr euren Segen erhalten. Aber die anderen Schwestern befinden sich in Köln. Jaja, ich habe meinen Segen ja schon erhalten. Kleinen Moment. Mein PC ist nebenbei etwas merkwürdig. Ähm, Rurikstad. Genau. Da wollen wir hin. Das ist... Nicht hier, dass mein Rurikstand war. Oh, hier ist eine Mine, die ich nicht gedingst habe, besucht habe, dass ich freigeschaltet habe. Das ist eigentlich deswegen. Ah ja, da gab es auch noch eine Quest. Ich glaube, ich muss die Quest erstmal aktivieren. Nein, ein bisschen durcheinander. Eine denkwürdige Nacht, genau. Frage Rurikstad nach Sam und dem Stab. Jawohl. Wo müssen wir hin? Ah ja. Hier. Oh Gottchen. Ja, dann gehen wir hier vom Denkmal aus. Und dann passt das. Na, was? Ne, nicht. Na klar dran. Oh Gott. La, nicht da. Zu dir zu, wenn ich jetzt weiß. Was geht jetzt sicher jetzt noch schwer? Ne uff, was ist denn? Da... Der hat gesessen. Ich glaube, ich war eigentlich schon mal dort, aber dann bin ich hier abgekratzt und habe mich gespeichert. Und dann ist das... hat sich das einfach wieder resetet. Ich glaube, er ist schon tot. Ah, sorry Lydia, jetzt habe ich den ganzen Spaß genommen. Ah, jetzt sieht er gut aus. Der braucht schon befestigte Wege. Da, da, da ist jemand mit dem Trägen. Lass mich über den Zaun springen, Mann. Ihr, ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Was? Was habt ihr zu sagen? Tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ja, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ah ja? Klingelt es beim Namen Gläder, der Pracht meines Hofs, entführt von einem Betrunkenen und verkauft an einen Riesen, erinnert euch schnell. Sonst lasse ich euch von den Wachen abholen. Das klingt ja furchtbar. Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gläder züchten. Und kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Scheiße. Was hat man denn hier im Suff alles gemacht? Wie viele Tage war ich weg? Ich muss Sam und den Stab finden, um Gläder zurückzubekommen. Erzählt mir alles, was ihr wisst, sonst endet ihr genau wie eure Ziege. Äh, ja komm, wir machen das. Ihr hättet Gläder gar nicht erst an den Riesen verkaufen sollen. Findet es doch selbst heraus. Oh wow. Nett. Dann versuche ich ihn noch einzuschüchtern. In Ordnung. Das meiste ergab keinen Sinn, aber ihr habt eine Notiz hinterlassen. Ich konnte nur nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf entziffern. Mehr weiß ich nicht. Bis dann. Das ist ja witzig hier irgendwie, äh, quasi Filmriss und... Ich heiße Anis. Wenn Freunde von euch Geschäfte in Weißlauf machen, durften sie mich kennen. Ähm. Man hat einen Filmriss und dann... Oh, ich war noch gar nicht drin. Ich geh nochmal kurz rein. Nochmal. Wenn man einen Filmriss hat und dann herausfinden muss, was eigentlich gerade passiert ist. Das ist schon... Hat was von Hangover. Also, der Film. Äh, die Steps tracen und dann rausfinden. Was man so fabriziert hat. Für Shit. Okay. Gucken wir mal, was über die Ziege herausfinden. Ich habe nix getan. Bleib stehen. Die Soldaten. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflagte Meere ab. In Ordnung, wie viel schulde ich euch? Was wisst ihr mit die Khajiit? Oh, das ist interessant. Entschuldigung. Das ist interessant. Das frage ich vielleicht nochmal. Okay. Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Das ist so abgefahren gerade. Wisst ihr, was ich damit gemacht habe? Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ja zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Oh mein Gott. Was habe ich für eine Scheiße gemacht? Bitte lasst mich welchen Ring bezahlen. Was war das für eine Geschichte mit meinem verlobten Schatz? Ich muss unbedingt zur Hochzeit, bitte. Nichts der Ring, egal. Erzählt mir, was ich sonst noch gesagt habe. Was ist die Bukkatscheat? Okay. Wie könnt ihr das vergessen haben? Das war die entzückendste Geschichte, die ich je gehört habe. Ihr habt euch bei Vollmond kennengelernt, unter dem größten Baum in Hexennebelhain, während um euch herum die Glühwürmchen tanzten. Es klang wie ein Märchen. Ganz einfach, es war ein Märchen. Okay, ich muss unbedingt zur Hochzeit, bitte. Sicher wird eure Zukunftige euch sagen, wo die Feier stattfindet. Falls ihr euch immer noch heiraten will, wenn sie hört, dass ihr euch den Ring nicht leisten könnt. Oh Gott, was soll ich denn damit machen? Okay, was habe ich sonst noch erzählt? Schon gut, schon gut. Ihr seid garstig, wenn ihr nüchtern seid. Ihr sagtet, die Zeremonie solle in Morwonska stattfinden. Ihr sagtet, euer Freund Sam würde euer Trauzeuge sein. Alles klar. Okay, jetzt frage ich aber noch völlig out of context, was wisst ihr über Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyer. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyer sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Ja, das ist nicht furchtbar. Ich komme von da. Lebt wohl. Ja. Ich habe meist mit Schäden in den Mund. Wow, ich... I, I... Yes. Ich muss erst rausgehen. Ich kann es ihm sein. Das war mir so wert. Diese ganze Story ist so witzig. Mal kurz meine Lampe umschalten. Ja, besser. Okay, wo muss ich hin? Da. Falsche Richtung. Da war ich noch nicht. Okay, dann gehen wir zu den Stellen von Windhelm. Das ist so witzig. Da, da. Komm, Lydia, wir müssen meine betrunkenen Taten rückgängig machen. Da muss ich bestimmt wieder auf den Berg oder so. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich hier einen Weg. Gegner! Warum greifst du mich an? Das ist einfach nur ein Nord. Max kann ich kein Geed, ne? Ja, ja. Durchsuchen. Oh, nimm mal mit. Kann man ja wieder verkaufen. Ich probiere das jetzt mal mit dem Näheren. Ja, tatsächlich. Man isst dann davon. Geh' ich noch einen Boost? Ich hoffe doch. Geh' um die Ecke. Ich lasse mich Bergziegel spielen. Na, ich glaube, da komme ich doch nicht durch. Okay, dann gehen wir außen hin. Die Steine passen hier irgendwie gar nicht rein. Und die Glitzer. Was ist das für ein Stein? Ich hab' nie gesehen. Cool. Sehr cool. Da noch mehr. Ein bestimmtes Erz vielleicht? Ich kann's zumindest nicht abbauen. Noch mehr. Komm ich denn da hoch? Mann. Das Gleiche hier. Viel zu viele Berge hier am Himmelsrand. Oh, Datenbohm. Ah ja. Fast geschafft. Natürlich. Ich werde hier mal vorsichtshalber schnell speichern. Ich bin schon zu lange ohne Speichern unterwegs. Das könnte gefährlich werden. Oh, okay. Feuerresistenz. Let's go. Entschuldigung, Lüdi. Das war nicht gut. Ich mach' gar nichts. Du wirst angestrahlt. Hab' ich irgendwas cooles bei euch? Hier seid ihr nur Novizen. Oh, Jaspey-Traum. Hatte ich noch nicht. Oder das Chaos. Und den prob' ich nicht. Ich merke, dass ich die gar nicht so benutze, diese Zauberrollen, wo die praktisch sind. Aber wenn ich sie benutzen würde, wäre es wahrscheinlich in irgendeinem geschlossenen Raum. Und dann hat man so diese diese Feuerball-Problematik. Das hat alle tot. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Oh, die Kiste. Okay, ein bisschen Gold. Dann suchen wir rein. Morbenska. Oh. Was? Was war das? Was? Was war was? Oh Mann. Das sah jetzt sehr antiklimatisch aus. Okay. Noch nichts besonderes bei dir. Und du? Oh Gott, oh schön. Zauberbefrostbiss. Zauberdramatische Illusion. Nichts brauche ich nicht. Seht ihr noch? Bisschen Eisen. Sogar eins. Cherims Herz. Oh yes. Oh, fast schon Level Up. Das sieht man doch gerne. Ey, so ein Schmied. Schön, schön. Ist es hier wahrscheinlich. Von der anderen Seite verriegelt. Och, komm schon. Natürlich erstmal durchlaufen. Ist da jemand? Ich. Aber hier ist niemand. So, das ist nur wild. Ja, da müssen wir wahrscheinlich durch den Keller. Ich mein. Süß mit dem Loch in der Decke. Ich habe mir auch gut eine Party gefeuert mit den vielen leeren Weinflaschen. Das ist ein richtiges Gefühl bei dieser Sache. Das ist ein richtiges Gefühl bei dieser Sache. Das ist ein richtiges Gefühl. Ja, immer noch ich. Wo bist du? Wo bist du? Was ist denn so ein bisschen? Ich habe meine Kampfschmerzen. Oh Gott. What happened? Hilfe. Wieso habe ich so wenig Heiltränke? Eieieiei. Was macht ihr denn da? Ich mache es gar nicht. Ich werde euch mit Freude töten. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Boah, hast du das wieder. Heilige Scheiße. Habe ich irgendwas gegen Blitzresistenz? Gegen... Für Blitzresistenz und Feuerresistenz. Und ich nehme alles gegen Blitzresistenz. Und ich nehme alles gegen Blitzresistenz. Und ich nehme alles gegen Blitzresistenz. Ich nehme alles gegen Blitzresistenz. Ich nehme alles gegen Blitzresistenz. Fuck. Okay. Uh. Das war jetzt ein bisschen viel Magie auf einmal. Ah ja. Autosave rettet mich. Okay. Wäre ich hier hinten schon rum? Was? Was? Sie saufen Tag und Nacht. Kommt schon! Und ich? Das ist mit mir. Genug! Genug! Ich habe hier für mich! Hey! Passt ein bisschen auf! Ihr gebt euch doch sowieso nie. Auch wenn ihr das sagt. Äh. Jetzt hat es den anderen Trank. Okay. Ich nähe mich nochmal. Sehr schön umschrieben. Nähe. Okay. Und nochmal. Ich glaube ich speicher gleich, bevor ich da durchgehe. Dann ist der Weg nicht so weit, falls ich es nochmal verkacke. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich weiß. Hat sich ja auch gerade schon bestätigt. Komm, Lydia. Geh mal vor. Können auch versuchen zu schleichen. Skyrim-Dust-Stealth-Game. Oh, doch nicht. Sind die denn? Ist da jemand? Aha! Lydia, geh auf den anderen. Geh auf den anderen. Geh auf den anderen. Ah, f***, f***, f***. Ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Was? Ach, du Scheiße, was ist denn mit dir noch? Äh, fire resistance, silence. Oh, ne, fuck. Ich treffe ihn, aber ich bin fast tot. Hell yes! Oh, Gott. Ich bin ein bisschen im Ergitze. Holy shit. Rolle der Massenlähmung. Ja, das hat ja nicht mal irgendwie geile Sachen. Das ist ja fast schon enttäuschend. Also dahinter waren noch mehr, das habe ich gesehen, aber... Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Oh, mein Pfeilchen. Wow, was war das? Wow, okay, okay. Moment, erstmal die Truhe durchsuchen. Ah, hier komme ich in den Nebelheim. Heim, nicht Heim. Good job. Let's go. Wow. Oh, hübsch hier. Muss ja irgendeinen Grund haben. Also ja, natürlich als Grund. Ich muss ja immer noch rausfinden, was los ist. Sam? Er ist es. Da seid ihr ja. Ich habe schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was für eine Reise. Wo sind wir? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe alles, was für die Reparatur nötig ist. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr? Das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Der wahrhaftige. Okay, ich rede nochmal mit ihm. Warum ich? Wer seid ihr? Das war also alles nur ein dummer Jungenstreich. Okay, warum ich? Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich überdenke meine Entscheidung nicht immer gründlich. Aber ihr, ihr habt Großes vor euch. Vielleicht könnte euer alter Onkel Sanguine dafür sorgen, dass euer Kurs sich ein wenig ändert. Also gut. Ja? Wer seid ihr? Ich bin Sanguine, der derdrische Prinz der Ausschweifungen. Wer hätte es gedacht? Ich weiß, ich weiß. Wie konnte ich euch nur belügen? Aber wie hätte ich euch trauen können, bevor wir ein wenig miteinander gezächt hatten? Aber es wurde mir schnell klar, dass ihr einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgeben würdet, weil es dieses Häufchen trüb soll. Danke. Glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Wow. Netter Typ. Als könnte die ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Metz? Cool. Der hat mich einfach hierhin zurückgebracht. Der macht mich fertig. Ich verkaufe den besten Metz der Stadt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Welcher derdrafffürst ist. Ich meine, der Ausschweifung hat der ja gesagt, aber dass da noch irgendein anderer bewandt ist. Fürst der Lust. Ja. Well, das hätten wir dann. Ach ja. Huh. Guter Typ. Sehr guter Typ. Günstigen Preis. Sprechen können wir auch mal direkt. Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt haben. Ja, dann hätten wir das Sanguine abgeschlossen, weil wir haben ja seinen Stab gekriegt. Und wir haben sogar mit ihm geredet. Das konnte man bei den anderen nur durch die... Entweder durch die Statuen von denen oder durch die Schreine. Von daher finde ich das eine ganz coole Sache. So. Jetzt brauchen wir aber immer noch den makellosen Rubin. Ne, falsch. Sonst können wir nicht... Perite anrufen. Ja. Okay, ich hatte ja noch eine Mine gefunden, die ich noch nicht besucht habe. Die war... Wo war die? Wo war die? Wo war die? Hier. Ja. Gehen wir mal wieder von hier aus. Und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Oh, ist der Himmel cool. Schaut euch das an. Na ja, mal kurz The View. Mal einen Screenshot fangen. Wunderschön. Das sieht großartig aus. Ich glaube, ich habe den Himmel so noch nie gesehen. Das ist geil, so. Wow. Mega cool. Findest du nicht auch Lydia mit deiner Kultistenmaske? Sehr nice. Sehr schön. Okay. Ich möchte nicht in First Person spielen. Dann gehen wir da mal hin. Sieht das cool aus. Das ist schon eine kleine Augenweide, das Spiel. Dafür, dass es schon so alt ist. Sehr cool. Ich glaube, da komme ich nicht vorbei. Ja, 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 ja. Ja, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir ja durch. Das sieht so schön aus. Wow. Ich habe Skyrim jetzt schon ein paar Mal gespielt, aber so einen Himmel habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, jetzt geht die Sonne auf. Sehr schön. Da komme ich nicht lang. Verdammt. Okay. Okay, es wird neblig. Kein Sonnenaufgang. Es ist ja auch Viertel vor zwei in der Nacht. Okay. Okay. Nein, 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 nicht abschießen. Ich bin ja schon weg. Alles gut, alles gut. Okay, wir müssen jetzt runterkommen ohne zu sterben und wir sind auf der anderen Seite, jawoll. Sehr schön. Und da vorne sollte auch gleich die Mine sein. Ah, ich hab gar keine Ausdauer mehr. Wenn man keine Ausdauer hat, aber trotzdem versucht zu rennen. Keine gute Idee. Okay, hier musste die Mine sein. Oder auch nicht. Ich hör jemanden hämmern. Was ist die Tür? Ah komm, geh hoch. Vielleicht ist die Tür auf der anderen Seite. Oh Gott, dammit. Nur ich, wie ich versuche hier den Berg hoch zu kommen. Nichts ungewöhnliches weitermachen. Geilen Schluck Mine entdeckt. Sehr schön. Ja, der Eingang ist definitiv auf der anderen Seite. Weil ich komm hier irgendwie nicht weiter hoch, weil es zu steil ist. Scheat! Nichts auf der Seite. Ich würde fast sagen nope. Okay, dann wieder runter und dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie kommen. Beziehungsweise ich habe es ja jetzt entdeckt. Vielleicht kann ich mich auch einfach hinporten, sobald die roten Punkte aus der Sichtweite sind. Rennen wir einfach mal kurz weg. Hallo Lydia! Ich glaube da muss ich noch ein Stück weiter rennen. Geh mal bis zu dieser Höhle hier. Da eiert einer vorne rum. Bist du friedlich? Hör, wo ist die Höhle hin? Warte. Ich stehe auf eurer Seite! Ja, ich weiß! Mann! Ich mach das nicht mit Absicht, Lydia. So, wir sind weit genug weg, jetzt kann ich mich bohren. Lass uns mal die Markierung wegmachen. Ich stehe auf eurer Seite! No fucking way! Ja, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Aber ich glaube hier waren auf jeden Fall ungemütliche Kollegen. Ich fand immer noch nicht die Tüme. Warte. Ah, dann können wir das Ding... nein? Wo seid ihr denn? Da oben. Wir wollen doch noch level 30 werden. Oh mein Gott. So, der ist besser als der, den ich habe, aber ich will ihn nicht haben, weil meiner ist besser im Generellen. Im Generellen, das habe ich nicht gesagt, ist generell besser. Wo ist denn der Eingang zu? Ist der oben? Ist der hier unten irgendwo? Es ist einfach viel zu dunkel. Ich weiß, das kann man beheben, aber naja. Eine Schmiede. Bisschen Kram. Ja, der Eingang ist anscheinend gut. Nordmade. Gebratenes Ziegenbein. Ne, okay. Dann wieder runter. Okay, ich mache mal ein bisschen Licht. 8 Uhr morgens ist doch eine gute Zeit, oder? Wo geht's rein? Ein Bett? Oh Gott. Runtergerutscht? Vielleicht aufs anderen Seite? Großartig, wenn man einfach die Tür nicht findet. Das sieht nach einer Tür aus. Ja, die habe ich natürlich im Dunkeln nicht gesehen. Ist doch klar. Wer hätte es gedacht? Was? Was? Oh, Gegner. Ihr seid nicht rechtens hier. Tust du nicht. Oh, cool. Ich habe einen Auftrag erledigt dadurch. Das ist ja schön. Gold. Hier gibt es sogar einen Schlüssel. Schön. Brauche ich nicht. Ich bin auch so reingekommen. Was? Habe ihn trotzdem mitgenommen. Man weiß ja nicht. Ach, für die Truhe war das. Alles klar. Zwergenkriegsachs des Verzehrens. Absorbiert 10 Gesundheitspunkte. Das ist nicht schlecht, ne? Nehme ich mit. Den Bernstein nehme ich auch mit. Und dann bin ich auch schon wieder fast voll. Aber wir müssen hier noch ein bisschen abbauen. Urikalkomärz. Mal schauen, ob wir einen makellosen Rubin finden da drinnen. Wäre doch nice. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Es geht schon los. Nein, immer noch nicht. Dafür ein normaler Rubin. Okay, ich muss irgendwas wegwerfen. Das ist schon nice. Der Stab. Ich schmeiß den Dämmerbrecher weg. Er sieht sehr hübsch aus. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn noch verwende. Ist alles nur meh? Schade. Also da muss ich auch ein bisschen realistisch sein. Benutze ich die Sachen oder nicht? Ich könnte ihn zwar kaufen, aber... Ich habe halt keinen Platz. Die Herausforderung des Waffenspiels. Jawohl. Ach ja, ich habe ein Level-Up. Dann kriege ich ja sowieso ein bisschen mehr zurück. Okay, was wollen wir? Gesundheit nehmen wir. Und dann... Eigentlich nicht sehr, sehr gut aufgelevelt. Guck mal, was Schlossknacken bringt. Redekunst ist voll. Und ich habe noch nichts davon gelabelt. Na ja, kommt noch. Schlossknacken. So. Novizenschlösser sind viel einfacher zu knacken. Hoppala. Lehrlingschlösser sind viel einfacher zu knacken. Flinke Hände. Was macht flinke Hände? Oh Gott. So. Du kannst Schlösser knacken, ohne entdeckt zu werden. Ja, das ist mir ja nicht so wichtig. Das braucht 50. Okay, dann muss ich mir Schlösser knacken. Okay. Dann doch was anderes. Ein Alchemist kann magische Tränke und tödliche Gifte herstellen. Das ist eigentlich gar nicht dumm. Vielleicht sollten wir das mal tun, ne? Und hier hergestellt Zaubertränke und Gifte sind um 20% wirkungsvoller. Ja, komm. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Alchemistenrichtung. So. Und jetzt schürfen wir noch ein bisschen. Wenn ich keinen makellosen Rubin finde, muss ich mal gucken, was mein schlaues Buch dazu sagt. Ob man den vielleicht auch sonst irgendwo kaufen kann. Ne, meine Traglast hat sich nicht erhöht. Wahrscheinlich nur zu jedem geraden Level. Leider nicht. Kann ich mal irgendwann was trinken? Und immer noch nicht. Noch bin ich nicht zu schwer. Das Problem ist auch, wenn man wirklich zu schwer ist, dann kann man auch keine Schnellreise machen. Finde ich auch gut. Muss ich sagen. Nein, immer noch nichts. Hier sind aber echt viele Adern. Das ist gut. Sehr gut. Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen. Ja. Natürlich. Habe ich mal ein bisschen dunkler gemacht. Nein, nur normale Rubine wieder. Wie hackst du denn, dass man da nur so eine Scheiße rauskriegt? Ich bin immer nett zu meinen Karas. Immer. Ja, ich weiß nicht, ob ich zu viel trage. Das war es auch nicht. Ich glaube, das waren alle. Oder hier. Nein, hier ist noch einer. Nein, hier ist noch einer. Oh, wow. Ich frage mich, ob ich schon mal einen hatte und den verkauft habe. Was dumm ist, aber gerade die makellosen sind eigentlich total sinnvoll zu haben. Ja, ne? Das war es dann wohl. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch wegwerfe. Vielleicht einfach die Spitzhacke. Weil die findet man sowieso in jeder Mine. Okay, das war ja nüchtern. Oh, hier ist auch noch was. Natürlich, ich habe keine Spitzhacke. Man kann es ja mal versuchen mit der Hand abschürfen. Das ist ein Holzfäller-Achse. Wieso liegt hier keine Hacke? Was seid ihr denn für Bergbauer? Bergbauer? Bergbauarbeiter? Ah, da muss ich sie doch holen. Mensch. Na, hier. Ne, auch noch ein bisschen. Joa, also ich gehe hier nur ein bisschen spazieren in einer Mine. Mit ganz viel Urikalkum-Erz. Man gönnt sich ja sonst nichts. Uff, wo die Staubröcke. Und dann gucke ich mal, ob hier ein makelloser Rubin abfällt. Let's go. Und Erz. Ich glaube nicht. Ne. Okay. Dann tschüss Spitzhacke. Und noch irgendwas, was ich nicht mehr brauche. Ich bin nämlich zu schwer. Ja, komm, ich nehme den einfach. So, was geht hier noch aus? Ein Wundertrank. Ja, geh mal weg. Ups. Wundertrank des Ritters. Wir nehmen die mal mit. Oh, verkaufen wir denn den Drisma? Äh. Ärgerlich. Erstmal keine weiteren Minen. In Aussicht. Ich gehe nach Weißluft dafür. Gucken wir mal, was mein Büchlein dazu sagt. Sehr, sehr, sehr gutes Lösungsbuch. Ich gucke mir natürlich nicht alles an. Ich will einfach nur, dass ich weiß, wo ich eine Quest finde und ähnliches, weil das ist mir schon wichtig. Und das einzige Heilmittel heißt das. Genau, sind wir schon rausgefunden. Es gibt sehr, sehr viele Deltra-Quests. Okay, makelloser Rubin. Ich habe was gefunden. Können Sie einen Minenbetrieb finden oder bei Händlern in den größeren Städten der Fürstgutümer? Okay, am leichtesten zu finden im Vampirversteck. Wimmer Windbollwerk. Da war ich noch nicht. Thronsaal in Corvanyut. War ich glaube ich auch noch nicht. In dem kaiserlichen Schiff Kataria. Ja, da komme ich aber nicht rein. Oder bei einer Karawane oder hinterher in einer großen Stadt. Dann gucken wir mal. Ich bin schon wieder zu schwer. Ich nehme jetzt noch einen Stärketrank. Ich habe keinen Bock hier so rumzuschnecken. Wieder da? War ich weg? Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe gerade was geguckt. So, jetzt erst mal was verkaufen. Du nimmst mein Herz. Und mein Herz. Von mir aus nehme ich auch diesen Wachen. Den anderen brauche ich. Kannst du auch haben. Ja, komm, das verkaufen wir auch. Das jetzt mit mir rumzuschleppen ist eigentlich auch sehr pointless. Ja, für dich. Gut. Ja, gern geschehen. Hallo, schön, dass du da bist. Händler. Oh, der sagt immer das gleiche. Hi. Was verkauft ihr? Was jagt ihr denn? Egal. Ich will es gar nicht wissen. Ich jag gar nichts. Ich will einen makellosen Rubin, was einen Dietrich in Kauf ist. Hat der nicht. Es war mir eine Freude mit euch geschäft. Jo, danke. Ähm, ähm, ähm. Mal auf Karte gucken. Briesenheim, das Haus, Flack dem Meer. Das war, glaube ich. Oh Gott. Ist auch einfach kein guter Tipp. In großen Städten. Ja, dann. Gehen wir einfach mal gerade raus. Wenn Schürfen schon nicht geklappt hat, dann muss man den noch irgendwo kaufen können. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Ja, es stimmt einiges nichts mit Himmelsrand. Ja, was hast du denn so? Becher. Blaue Jungtunika. Ja, nee. Kleiner Seelenstein. Nichts makelloses für mich dabei. Wer von euch hat denn Steine? Ich komme bestimmt nicht wieder. Du hast nicht das, was ich brauche. Ja, hello. Ja, so Steine. Oh, das sieht gut aus. Verdammt. Die hat nur Bücher. Ich brauche, ich brauche Steine. Rubine und so. Oh, ist das teuer? Ich kaufe trotzdem mal einen. Vielleicht brauche ich den nochmal. Und Heilung kaufe ich bei ihr. Perfekt. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wieder... Joa, joa, joa. Ich komme, ich komme wieder. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Hier ist zu Hause in Symodiel ein ziemliches Problem. Da komme ich nicht her. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Und Steine? Oder? Falls ihr arbeitet, dann wollen wir diesen Hunger doch steigen. Schade, nur Essen. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Ich glaube, in Weißlauf werde ich nicht fündig. Hast du sonst noch was? Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug... Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Bist du sicher? Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Ich könnte euch vielleicht helfen, natürlich. Bieten wir einfach mal unsere Hilfe. Das würdet ihr tun? Ja. Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Ein bisschen Redekunst verbessern. Lebt wohl. Ich glaube, ich habe gar keinen gerade. Ein bisschen creepy, dass ich mit menschlichen Herzen in der Tasche rumlaufe, aber... Who cares? Was ist denn? Oh, ich hätte das Ziel gefolgen. Nur Essen? Was ist das für ein Problem? Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorat denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Okay. Ich dachte, sie verkauft was. Aber jetzt habe ich ja entscheidend Zeit festgekommt. Woher wollt ihr wissen, dass euer Sohn lebt? Ich... Ich weiß es einfach. Ich fühle es in meinem Herzen. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mir glauben. Bitte kommt zu mir nach Hause. Dort kann ich euch die ganze Geschichte erzählen. Dad escalated quickly. Ähm... Gerade... Gerade keine Zeit. Ich vermisse die Zeiten, als die Graumänen und die Kampfgeborenen sich noch vertrugen. Okay. Gehen wir in eine andere große Stadt. Oh Gott. Irgendwo muss ich da so einen blöden Rubin finden. In Makelosen wohlgemerkt. Oh, ich bin mir ja richtig überbilligt von der Karte. So viel Schnee. Okay. Winterfeste. Winterfeste. Ja, Winterfeste. Gehen wir nach Winterfeste. Mensch. Ja, wir haben den Drachen schon erledigt. Gehen wir nach unten? Und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. No way! Die haben den Drachen weggeräumt. Boah. An dem anderen Platz, wo ich den Tod geschlagen habe, da liegen die Gebeine immer noch. Meine schönen Drachenknochen. Frostiges Feuer. Ja, du hast eh nur Essen. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Im Gegensatz zum... Werft einen Blick darauf. Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche einen richtigen Händler hier. Ist das überhaupt ein größerer Ort? Ich dachte es zumindest noch mal. Das ist das Haus des Jahres. Das ist abgefuckend. Krall das Haus. Hier ist alles broken. Ich glaube kaum, dass ich hier Glück habe. Also auch nicht bei der Akademie. Ziehen wir direkt mal weiter nach Winthelm. Ja, Mai. Gucken wir mal hier. In der Candlehaar. Ein Prost auf die Jugend. Wenn ihr Lust auf ein... Werft einen Blick darauf. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Und macht nichts kaputt. Mach ich nicht genau. Fort mit dem Kaiser und allem, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Ihr euch, Ulfric, unser Großkönig. Auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und ist es zu Ende, so bin gerade der Gang. Sehr nice. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Krieg ist alles andere als glorreich. Ihr euch, Ulfric. Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. Auf euer Wohl trinken wir und das nicht zu wenig. Und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke. Hauptsache, der meckert über die Dunkelelf und dann ist da eine Basin. Oh, schön. Ja, es interessiert mich gerade nicht, sorry. Aber jetzt muss ich mal gucken. Timpeltalos. Äh. House of Curiosity. Das könnte doch, das klingt doch ganz gut. Gehen wir mal hier hoch. Ist zu. Ist schon so spät. Gut, dann müssen wir wohl ein bisschen warten. Wir schlafen nicht, wir warten. 13. Herzfolge. Sehr schön. So, ist schon jemand da? Nein. Okay, dann warten wir nochmal zwei Stunden. Jetzt jemand da? Wieso ist hier keiner? Hallo? Kommt mal jemand arbeiten? Ich kann das auch knacken. Experte. What the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet auf Anhieb, ey. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier ein Rubin finden. Da gucken wir mal. Amethyst. Das ist... Saphir. Ludia. Riesenszenen. Ausdauer. Buch des Schicksals. Da steht nichts drin. Das Buch des Schicksals. Das nehme ich mit. Cool. Hier noch irgendwas? Nein. Ein paar Schäle. Hm. Hier ist halt auch einfach niemand. Schlüssel erforderlich. Was? Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Ah. Hier ist auch noch eine Droh, die ist leer. Vielleicht im Schrank? Nein. Hm. Nein, den trägt er wahrscheinlich bei sich. Okay, leider kein makelloser Rubin. Dafür bin ich da jetzt eingestiegen. Weil keiner kam. Auf Anhieb, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Hier geht's raus. Usewares. Dann gehen wir da mal hin. Gebrauchtwaren. Ja, okay. Gebrauchtwarenladen ist vielleicht auch nicht gerade das Beste. Aber vielleicht haben wir das. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Du bist das. Bringt wir. Schmuckstücke. Krimskram. Solche Sachen. Ja. Zeig mal. Du hast. Du hast zwar cooles Zeug, aber nicht das, was ich brauche. Ach, komm schon. Schaut mal wieder vorbei. Ja, mach ich. Erstmal gucke ich mich noch hier um. Bilanzen fälschen. Geschäftsbuch. Da kann ich den ja richtig hier übers Ohr hauen. Machen wir nicht. So ein netter Typ. Ich habe nichts gegen die Dunkelhelfen. Seht euch um. Ich kaufe und verkaufe nahezu alles. Ja, aber du hast leider nicht das, was ich brauche, mein Freund. Was? Was? Was ist jetzt zu verkaufen? Essen und Zutaten. Wie hätt's gedacht. Wenn ihr noch ein Getränk braucht, findet ihr mich hier. Hm. Ich habe echt kein Glück damit. Ich finde die Stadt auch ganz gruselig. Und hier so Windhelm ist echt. Ah, die ist so scheiße aufgebaut. Mit den blöden Gassen und hoch und runter. Vielleicht gibt's ja im Palast jemanden, der was verkauft. Probieren kann man's ja mal. Kann die eigentlich alle mal gegen uns? Keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Ich bin kein großer Stratege. Aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Das Kaiserreich setzt Weißlauf darunter. Möget ihr sich erreißen. Es ist gefährlich da draußen. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich an dem Jarl ungefragt. Ich bin ein Held. Kenne ich euch? Äh, ich war ein Helden. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Nein. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Gut gesprochen. Nun, dann seid ihr hier richtig. Sprecht mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinaus geschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Ja, ja. Das weiß er. Sie alle wissen es. Ich suche nur ein Held. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgrouf eine deutlichere Botschaft schicken. Entschuldigung. Ja, ich bin ein Held in Ausbildung und ich hoffe, die Legenden werden dann von mir sprechen, wenn ich das hier mal durchhaube. Der Kuchen und der Diamant. Was für ein schönes Buch. Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torik getan habt. Torik war nur eine Botschaft für die anderen Jahre. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen bewegen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Spannend. Habe ich jetzt getriggert, obwohl ich das gar nicht so wollte. Aber ja, jetzt haben wir das ganze Gespräch mal mitbekommen. Jedenfalls suche ich immer noch einen Händler. Paradise of the Kings upstairs. Ich glaube ja kaum, dass hier oben ein Händler ist. Mann, hier kann man sich ja echt verlaufen. Kleine teuflische Kreaturen, wie aus einem Albtraum. Sie kommen aus der Höhle der Totgeburt im Norden. Das weiß ich genau. Gut möglich. Man sieht hier ständig irgendwelche komischen Dinge. Das ist nichts Ungewöhnliches. Boah, schubst mich nicht immer, Lydia. Das ist alles eine Schlafmäume. Und deswegen stehst du an einem Alchemie-Tisch? Ich weiß ja nicht. Was auch immer man, wenn Ulfric um einen Gefallen bittet... Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Knapp daneben, aber vielleicht hast du hier einen Stein für mich. Nein, das ist nicht. Du hast nur Seelensteine. Stärke und Stahl sind ja schön und gut. Aber die Magie ist die wahre Macht dieser Welt. Ja, das ist richtig. Als Magier spielen ist das auch ziemlich geil. Aber wir machen jetzt halt mal das ein bisschen anders. Vielleicht orientiere ich mich irgendwann um, aber... Gerade komme ich ganz gut klar als... Einhandschläger. Okay. Was haben wir denn noch für eine große Stadt? Das heißt, es wäre doch jetzt gelacht, wenn wir das nicht noch hinkriegen. Riften. Genau. Riften war ich noch nicht dafür. Also, für den Rubin. War ich noch nicht in Riften. Erd ins Haus. Neu in Riften? Dann hört auf meinen Rat. Geht... War schon ein paar Mal hier, danke. Wenn ihr ein Bett sucht, ist das hier der falsche Ort. Ich würde es begrüßen, wenn ihr eure Hände bei euch behalten könntet. Sucht ihr etwas oder was ist los? Gewiss, geht nur. Was braucht ihr, Augenweide? Es ist euch ja sowieso einerlei. Ich bin der Augenweide. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Das erste Mal, dass man mich als Kajit nicht beleidigt. Sehr schön. Hi und tschüss. Ich will immer noch dieses Haus kaufen. Naja, kommt auch noch. Ähm... So frisch wie ein Wintermorgen. Schön. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Kann ich etwas für euch tun? Du hast... Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Wenn ihr möchtet, werft einen Blick darauf. Essen und Zutaten. Schalt doch mal wieder vorbei. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Gebraucht etwas. Toll, dass die immer denken, ich will mit denen reden, wenn ich an denen vorbeilaufe. Bei mir gibt es das beste Essen in ganz Himmelsrand. Immer absolut frisch. Okay. Dann machst du wahrscheinlich keine Steine. Ja. Helga. Also Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit. Das war doch ein Kuss. Sag mir, wenn es losgehen soll. Bitte. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Ein Septim ist alles, worum ich bitte. Ist es denn so schlimm? Nee, hier ist ein Gottfried. Oh, vielen Dank. Mögen die Götze, ich euer bütiges Herz segnen. Also gut. Oder lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Mit meinem echten Fallmar-Blut-Elixier. Hast du Steine? Geschätzte Kunde, seht es euch an. Dietrich. Und Schmuck. Hm. Aber ich kann ihm beim Schmuck fett kaufen. Das, was ihr hier seht. Ich habe noch diesen Saphir-Ring. Und den Rest, der den Rest behalte. Passt auf euch auf, Landläufer. Du hast Rüstungen. Die brauche ich nicht ansprechen. Die Arbeit in der Fischerei von Rifthorn ist wert. Alles, was ich in der Auslage habe. Die kaufe ich auch. Oh, der Mammut stoßt da. Da kann ich doch einen gebrauchen führen. Er haltet die Straße im Auge. Hm. Leider auch nicht. Das, was ich brauche. Ich denke mal, der Schmied hat auch keinen Schmied. Was führt euch heute? Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Äh, der hat logischerweise nur Erz. Denkt daran. Es müssen echte Feuersalze sein. Die Schmiede erkennt den Unterschied. Ja, ja. Okay. Markart. Markart ist es. Irgendwo muss ich doch so einen blöden Rubin kaufen können. Unglaublich. Weil wir können auch noch eben nach Falkenring. ist auf dem Weg. Händler. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Hallo? Und schon wieder beleidigt. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand Diese Valga-Vinitia ist ein Klatschweib und eine Unruhestifterin. Ich will was kaufen. Warum bist du so gemein zu mir? Dein Laden schon zu, oder was? Mann, Mann, Mann. Ist hier was drin? Vielleicht ist es schon zu spät? Oh, ja. Warten wir mal eben. Die Mama, ich bekloppt, die Leute. 5 Uhr ist zu früh. Noch 3 Stunden. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn ihr... Seid gegründet. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ähm. Nein. Makelloser Granatstein. Ich brauche einen Rubin. Granatstein habe ich selber. Tausende. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt. Ich will nichts stehlen. Ich will so scheiß Stein. Mann, Mann, Mann. Alle der Toten. Und die Kaserne. Ne, okay. Nochmal nach Marka zurück. Ach ja, das geht ja direkt von hier. Feinde? Wo sind denn da Feinde? Ich bin doch nur... Da ist wohl ich. Oh, sag mich, das ist ein Drachen. Oh, ne. Ich habe jetzt keine Lust auf einen Drachen. Ich fliehe einfach. Mein Gott. Blügt der mir hinterher? Ich fasse es nicht. Ich bin in Ruhe. Ah, na gut. Da ist ein Blügtraum, ne? Ich bleib mir wohl nichts anderes. Ich komme es wieder runter. Oh, gut gut. Komm, Lülya, hilf mir. Der ist ein bisschen härter. Was meinst du, was ich hier tue? Okay, ich habe ja bestimmt ein Gift. Das ist gut. Immer auf die Nase hoch. Ich bleib mir nieder! Ich bleib mir nieder! Ich bleib mir nieder! Was meinst du, was ich hier tue, Lülya? Okay. Ja, du nicht. Alter. So, der ist außerhalb der Stadt. Das heißt, der Kadaver bleibt hier hoffentlich auch liegen. Ich werde jetzt nämlich nicht die Knochen mitnehmen. Dann bin ich wieder voll. Ich will. Das ist okay. Nee, da sind. Und meine Wohnung. Ich will. Oder woandersetzen. So. Können wir jetzt schnell reisen, ja? Ich versuch jetzt noch in Markart, ansonsten gehe ich es für heute erstmal auf, glaube ich. Das ist, ja, etwas langwierig. Natürlich nur essen. Du hast einen normalen Granatstein, damit kann ich leider nichts anfangen. Schade. Ich glaube, da war ich auch vorhin. Und, 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 und? Nein. Leider nicht. Leider, leider nicht. Tja. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Ja, mache ich auch. Keine Sorgen. Gibt es ja sonst noch jemanden, der mit Dingen handelt? Hm, Schatzkammer. Hm, vielleicht finde ich ja was in der Schatzkammer. Das wäre doch mal eine Idee. Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht komme ich da ja einfach so rein. Ja, ich komme tatsächlich einfach so rein. Oh, eine Verkäuferin. Es tut mir leid. Wir sind nur daran interessiert, unseren Kunden zu helfen. Was für eine Art von Kunden habt ihr? Zum einen die Grundbesitzer von Reach. Es versteht sich von selbst, dass sie wegen unseres Silbers und unserer Unterstützung stark auf uns angewiesen sind. Alle Bergleute, Bauern und Arbeiter von Reach erhalten ihren täglichen Lohn über uns. Nepos die Nase kümmert sich um diesen Teil des Geschäftes. Er kann mit den Arbeitern gut umgehen. Okay. Ich habe noch Aufzeichnungen, um die ich mich kümmern muss. Sagt der alten Oma einfach, wenn ihr etwas braucht. In Ordnung. Ich habe... Es gibt in diesem Gebäude nicht einen Winkel, den ich nicht geputzt hätte. Die gute Oma-Putzfrau. Die müsste ich aufknacken. Das ist jetzt ein bisschen sinnvoll. Ich arbeite für die Silberblutfamilie. Helfe beim Putzen. Das macht ihr ganz fein. Hier ist die Tür offen. Anglerstiefel. Von allen Dingen, ey. Anglerstiefel. Da liegt Gold rum. Schäbige Haube, schäbige Robe. So. Dafür, dass die hier so einen auf exklusiv machen. Ne, aber leider keine Verkäufer. Sondern einfach nur... Ich mache hier nur meine Arbeit. Irgendwas anderes. Aber dahinter sind ganz schöne Schätze. Ich sehe Goldbarben. Hm. Vielleicht mal einbrechen, wenn Nacht ist. Okay. Okay. Mein Plan, ich werde zwischendurch mal nach einem makellosen Rubin suchen, damit sich das nicht so lange im Punkt sieht. Und dann wird diese Quest auch noch gemacht. Das ist ja die Quest von Perita. Aber das ist... Ach, das ist jetzt echt ein bisschen anstrengend. Aber dafür haben wir Sanguine ja geschafft. Der... Da war er doch gleich. Der Fürst der Lust. Genau. Dann mache ich die Quest dann beim nächsten Mal weiter. Und noch weitere Daedra-Quests. Weil das ist ja noch nicht alles gewesen. Da kommt ja noch ein bisschen los. Und dann hoffentlich auch irgendwann Stufe 30. Damit ich auch... Die andere noch machen kann. Beziehungsweise ich brauche noch Stufe 20. Aber da bin ich näher dran, glaube ich. Stufe 18. Ja, das ist machbar. Okay. Mission Daedra Fürsten beglücken. Geht gut voran. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Morgen wird Reco gestreamt. Freue ich mich auch wieder, wenn es weitergeht. Dann, ähm... Du bist dahin. Und äh... Ja. Einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.